Neue Verhandlungsrunde. Im Tarifstreit zwischen der Deutschen Bahn und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer GDL trafen sich Vertreter beider Seiten am Mittag zu einem weiteren Gespräch. Im Zentrum des Konflikts steht die Forderung der GDL nach einer umfassenden Absicherung von Lokführern, die beispielsweise aus psychischen Gründen ihren Beruf nicht mehr ausüben können. Die Bahn bot zuletzt unter anderem an, den Betroffenen ihr bisheriges Einkommen für die gesamte weitere Beschäftigung bei der Bahn zu garantieren. Die GDL hat mehrfach mit Streiks gedroht und diese nur bis zu dem heutigen Gespräch ausgeschlossen.